Musik Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy. In diesem Format stelle ich euch pro Folge eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme vor. Sollte diese Karte im Laufe der Zeit an Wert verlieren, speziell wenn ihr das Video lange nach dem Upload seht, dann bitte ich das zu berücksichtigen. Heute geht's um den einzigen im TCG erschienenen Holoprint von Garousis. Ja, Garousis ist ein Vanillamonster der ersten Tage und wurde im Anime von Joey Wheeler gespielt. Im TCG erschien die Karte insgesamt in drei verschiedenen Sets. Da wären zum einen die Legendary Collection 4 Joey's World als Common, sowie das Tournament Pack 2, wo sie ebenfalls als Common erschienen. Und zum anderen in WP11, also dem World Championship Promopack 2011, wo sie ihren ersten und einzigen Print als Holo bekamen. Diese Version der Karte ist mit knapp 55 Euro wert, also der teuerste Ableger des Monsters im TCG. Und wie beinahe jede Karte aus dem World Championship Promopack 2011 eine Karte, die man beinahe in keiner herkömmlichen Sammlung findet. Mich persönlich würde an der Stelle interessieren, ob ihr diese Karte kennt, ob ihr sie aus diesem Set besitzt, oder ob sie euch aus diesem Set absolut unbekannt ist. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.